Heute gibt es mal ein spannendes Thema. Es geht um LSD gegen Depressionen. Naja, so ähnlich kann man das zumindest sagen, denn es gibt aktuell immer mehr Forschung in Bezug auf Drogen, zum Beispiel eben LSD, MDMA oder ähnliches, in Bezug auf Depressionen oder ähnlichen Erkrankungen. Und das Ganze ist eben auch mittlerweile so ein Thema, dass es in Fernsehen kam, dass es in verschiedenen Reportagen kam und so weiter und so fort. Und immer mehr Forschung, Studien werden aktuell veröffentlicht. Und verschiedene Zeitungsartikel gibt es auch auf der Welt, auf der FAZ und so weiter und so fort. Überall findet man mittlerweile solche Artikel. Und da möchte ich euch einfach mal ein paar Dinge zu sagen, denn ich selber verfolge das Feld auch schon seit ungefähr drei, vier Jahren in diesem Bezug, weil ich eben auch in dieser Richtung mit einigen Menschen zusammenarbeite. Natürlich hier immer mit allergrößter Vorsicht. Ich kann euch zumindest aus Erfahrung mal so ein bisschen berichten und was davon insgesamt zu halten ist, wo man vorsichtig sein sollte, was man vielleicht nicht tun sollte und dass man natürlich solche Dinge auch immer entsprechend mit einem Psychologen, Arzt und so weiter dann eben abklärt, kontrolliert, gerade wenn man eben Medikamente nimmt. Also grundsätzlich geht es bei diesen Drogen, Medikamenten, ja auch generell Antidepressiva, immer meistens darum, dass man in irgendeiner Weise auf Serotonin einen Einfluss hat. Dadurch natürlich auch Dopamin, also die Glücksgefühle generell. Das ist meistens immer so der Hintergrundgedanke, dass man eine höhere Ausschüttung an Serotonin hat und damit natürlich ein glücklicheres Gefühl und das kann natürlich auf unterschiedliche Art erfolgen. Zum einen kann man die Serotonin wieder Aufnahme hemmen oder man kann natürlich mehr Serotonin ausschütten und da muss man natürlich auch immer gucken, gibt es unterschiedliche Wirkungen von Antidepressiva, von Drogen oder Substanzen, die man da draußen eben so nutzen kann. Es gibt viele legale Varianten, die man sich überlegen kann, prüfen kann, die natürlich auch immer so in Graubereichen sind. Das bedeutet, die sind nicht so 100% erforscht, die sind vielleicht auch nicht so weit verbreitet. Als Beispiel wäre hier zum Beispiel 5-HTP, solche Dinge zu nennen. Dann gibt es noch L-Dopa, da gibt es natürlich auch Medikamentenformen von und es ist natürlich immer sehr schwierig, da jetzt auch einen Überblick zu haben, und gerade wenn man vielleicht denkt, man hat irgendein Problem, möchte mal was ausprobieren, da muss man natürlich auch erstmal den richtigen Arzt, Psychologen finden, der natürlich da sich auch wirklich mit beschäftigt und wirklich vielleicht mal sich auf neue Felder, neue wissenschaftliche Dinge eben einlässt. Es ist nämlich meistens immer so, was heißt meistens, aber oft ist es eben so, gerade wie bei Ärzten, da merkt man eben, dass viele halt in ihrer Ausbildung stecken geblieben sind, die haben damals Dinge gelernt, die eben alle von Medikamentenstudien schon bestätigt sind, aber später in ihrer Arbeitswelt im Endeffekt sich nicht mehr wirklich weiterentwickelt haben. Es werden dann keine neuen Studien mehr gelesen, keine neuen zugelassenen Möglichkeiten eventuell ausprobiert, sondern was vor 20 Jahren funktioniert hat, das funktioniert natürlich heute auch. Und dann verschreibt man vielleicht einfach so einen Standard-Antidepressiva und fertig. Nichts anderes ist es ja zum Beispiel bei der Pille gewesen oder heute immer noch, dass man anstatt vielleicht andere Möglichkeiten, andere Formen, kleinere Dosierungen und so weiter, dass man immer nur den Standard verschreibt und tschüss. Und dann hat man natürlich nichts Individuelles, was vielleicht besser funktioniert, als irgendwelche Medikamente, die dann eben auch starke Nebenwirkungen haben. Bei Antidepressiva zum Beispiel ist es natürlich so, dass man dadurch natürlich auch entsprechende Nebenwirkungen hat, ob es jetzt körperliche Nebenwirkungen sind, weil das Medikament muss natürlich abgebaut werden, es hat natürlich auch Auswirkungen sonst auf den Körper. Es kann ja sein, dass man dann eben sehr müde und träge eher wird oder eben vielleicht sogar das Gegenteil. Also es ist alles immer sehr individuell natürlich, je nachdem, wo entsprechend das Problem auch vorherrscht beim Serotonin-Mangel im Endeffekt. Ob es an der Ausschüttung liegt, ob es an der Aufnahme liegt, ob es vielleicht daran liegt, dass die Grundsubstanzen für Serotonin nicht ausreichend zur Verfügung stehen und so weiter und so fort. Und da bieten natürlich diese neuen Möglichkeiten, diese psychoaktiven Substanzen und ja, natürlich auch Dinge, die solche Sachen wie 5-HTP oder so weiter bieten, natürlich dann eine Möglichkeit, auch was auszuprobieren, was vielleicht weniger abhängig macht, weniger schwere Nebenwirkungen hat, weil von Antidepressiva runterzukommen, das ist tatsächlich eine Mammutaufgabe, gerade wenn man eben jahrelang eben dort dranhängt. Es war zum Beispiel so, dass ich mit einer Kundin das Ganze so gemacht habe, dass wir natürlich auch mit Rücksprache mit dem Arzt das Ganze längerfristig ausschleichen lassen mussten. Es ging einfach nicht, dass man das, es geht nicht, es geht einfach nicht, dass man das von heute auf morgen absetzt, weil dann kommst du tatsächlich in einen richtigen, ja, in ein richtiges Loch rein, wo du natürlich deine Abhängigkeit direkt merkst. Dann wirst du extrem unruhig und kannst dann nicht mehr schlafen oder was auch immer, es ist extreme Stimmungsschwankungen. Und da haben wir es dann zum Beispiel so gemacht, dass wir das über zwei, drei Monate tatsächlich langsam abgesetzt haben. Da waren sechs Kügelchen zum Beispiel drin in einer so einer Pille. Und dann habe ich das so gemacht, dass ja von Tag zu Tag im Endeffekt immer unterschiedliche Pillen drin waren. Da waren mal am ersten Tag, waren sechs dann halt noch drin, an dem zweiten waren nur fünf drin, an dem dritten Tag waren dann vier drin, am nächsten Tag dann wieder fünf, dann vielleicht mal wieder sechs. Und dann hat sich das Ganze langsam über drei Monate so abgebaut, dass dann am Ende tatsächlich ja keine Entzugserscheinungen waren und dass man dann tatsächlich auch runter von den Medikamenten war. Dann tatsächlich ging es dann so gut, dass wir auch entsprechend die Ernährung umgestellt haben. Da ging es deutlich besser. Das heißt Protein, Nährstoffe, die für Serotonin-Synthese eben nötig sind, die erhöht, 5 ATP mit eingebaut, solche Geschichten und hier und da natürlich auch ein bisschen experimentiert. Und darum geht es ja auch bei diesen neuen Substanzen, MDMA oder eben LSD und ähnliche Sachen, Pilze. Und die haben im Endeffekt einen ähnlichen Effekt, dass sie eben Serotonin ausschütten, die Aufnahme eben dann verzögern und dadurch natürlich auch entsprechend dieses latente Glücksgefühl hervorrufen. Und es ist so, dass die Wirkung von zum Beispiel LSD oder Pilzen, dass die tatsächlich auch noch über ein paar Tage eben anhält. Das Ganze schleicht sich eben langsam auch aus. Und deshalb machen viele es so, oder in diesen Studien ist es dann so, dass man Mikrodosierungen nutzt, die entsprechend keine visuellen Effekte hervorrufen oder keine wirklichen spürbaren Effekte hervorrufen, die dann so gering dosiert sind, dass man halt wirklich nur diesen leichten Serotonin-Schub im Endeffekt hat und das einfach nutzt. Also es gibt es schon länger in der Biohacking-Szene, wo man dann eben sagt, man macht Mikrodosierungen mit LSD oder eben anderen Substanzen und versucht damit eben die Arbeitsleistung zu erhöhen. Auch immer schwierig, ob es dann darin liegt oder ein Placebo ist. Einen Effekt hat es dann am Ende definitiv bei einigen. Das kann man schon in irgendeiner Weise dann natürlich auch messen. Es ist aber auch so, dass natürlich nicht jeder darauf anspringt. Das heißt, nicht bei jedem wird es entsprechend helfen. Wenn man die Hälfte am Ende damit erreicht, hat man natürlich schon mal eine gute alternative Möglichkeit. Es ist auch so, dass diese Substanzen dadurch, dass sie Serotonin ausschütten, nehmen wir zum Beispiel mal MDMA, dass die natürlich dazu führen, dass der Patient sich beim Psychologen eventuell mehr öffnen kann. Das heißt, dadurch hat man die Chance, eventuelle Problematiken natürlich beim Psychologen besser herauszufinden, vielleicht ein bisschen tiefer zu gehen, über Probleme zu reden, die man vorher vielleicht sich nicht herangetraut hat. und das ist natürlich dann auch ein großer Vorteil, weil es dann hilft, die Selbstheilung im Endeffekt, zumindest im Kopf dann psychologisch, voranzutreiben. Man muss natürlich auch sagen, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich dann öfters auch immer so sehe, deshalb hilft zum Beispiel auch eine Ernährungsumstellung, eine ketogene Ernährung und so weiter und so fort. Weil, wenn der Körper grundsätzlich schon in einer schlechten Grundsubstanz ist, ja, das heißt, ich bin stark übergewichtig, ich habe viel Bauchfett, das führt dazu, dass Hormone auch durcheinander geraten, gerade bei Männern, Testosteron niedriger, Östrogen höher und Schilddrüsenhormone und so weiter und so fort. Das alles kann natürlich dazu beitragen, dass man energielos ist und dadurch natürlich auch entsprechend, ja, in so einen Strudel reingerät, wo man natürlich so eine depressive Stimmung auch hat. Sonnenlicht ist ein anderes Thema. Licht generell, wenn man den ganzen Tag im Büro sitzt mit künstlichen Sicht, Licht bei 300 Lux oder so, ist es natürlich so, dass der Körper auch irgendwann runterfährt und man natürlich dann solche Dinge verstärkt. Das heißt, es nützt euch am Ende nichts, irgendwelche Substanzen auch zu nehmen, wenn die Grundlagen einfach nicht stimmen. Und deshalb gilt natürlich auch bei jedem, der entsprechend Depressionen vielleicht hat, sich Hilfe zu suchen, neben einem Arzt oder Psychiater oder wie auch immer, um einfach mal zu gucken, was kann ich denn noch tun vielleicht in meinem Leben, woran die anderen beiden Personen jetzt vielleicht nicht gedacht haben. Die denken vielleicht nicht so viel an Stressfaktoren, die man damit reinziehen könnte. Gestörter Schlaf zum Beispiel, dass man darauf achtet. Die Ernährung einfach mal darauf achten, umstellen. Es ist einfach so, dass eben auch Sport, Ernährung, gesunder Körper dazu beiträgt, dass der Hormonhaushalt sich normalisiert und dadurch natürlich auch entsprechend Serotonin, Dopamin und all diese Geschichten wieder ein bisschen mehr in Einklang kommen und man dadurch natürlich wieder einen Antrieb hat, entsprechend dann noch weiter aus dieser Spirale wieder rauszukommen. Das große Problem ist natürlich, dass wenn man ganz am Boden ist, ich hatte auch einen Freund, oder ich habe einen Freund älter, Frau geschieden, weg und so weiter, nur Stress gehabt, zack sitzt er dann in seinem Zimmer, alles dunkel und kommt gar nicht mehr raus. Was haben wir gemacht? Ernährung umgestellt, mal ein bisschen zum Sport bewegt, aber langsam. Und dann einfach mal versucht, in irgendeiner Weise da rauszukommen und dabei kann natürlich dann auch entsprechend sowas helfen, solche Substanzen helfen, um erstmal aus diesem Loch rauszukommen, um dann den nächsten Schritt zu machen und an seinem Leben halt insgesamt zu arbeiten. Das heißt, es nützt euch nichts, auch irgendwelche anderen Medikamente und so helfen euch selten, egal ob es jetzt um Bluthochdruck, Diabetes und so weiter geht. Die Medikamente sind immer nur Symptombekämpfung im Endeffekt. Die Ursachen bekämpfen sie nicht. Ihr müsst euch der Ursachen im Endeffekt bewusst werden, um diese Mittel dann zu nutzen, diese Ursachen eben anzugehen und zu bekämpfen. Da kommt ihr am Ende nicht drum herum. Es ist aber einfacher dann eben auch für viele Menschen, an diese Ursachen zu gehen, diese aus der Welt zu schaffen, sich vielleicht Hilfe zu suchen, dann im ersten Schritt und damit natürlich dann auf lange Sicht auch Erfolg zu haben. Es ist natürlich ein langer, langer Weg. Da hängt natürlich auch viel dran. Aber geht den heute. Geht den nicht erst nächste Woche oder nächstes Jahr oder vielleicht, wenn die Sonne im Sommer wiederkommt oder sowas. Ihr verschenkt im Endeffekt ja dann nur weitere Tage, weitere Wochen, ohne dass ihr irgendetwas tut. Und da muss man wirklich sagen, holt euch da in irgendeiner Weise Hilfe. Versucht euch einen Plan zu machen. Versucht in irgendeiner Weise zumindest, Ideen schon mal aufzuschreiben, was man tun könnte. Und dann könnt ihr natürlich auch gucken, dass man solche Substanzen in irgendeiner Weise natürlich dann sinnvoll einsetzt. Ich kann euch hier natürlich jetzt keine Dosierungen oder sonstige Geschichten mit an die Hand geben. Ganz klar. Denn viele dieser Substanzen sind nun mal illegal, zumindest hier in Deutschland. Es gibt ja zum Glück noch Holland direkt nebenan. Ja, da kann man da ein bisschen freier mit umgehen. Und es ist natürlich auch so, dass es zumindest auch in Deutschland legale Graubereichsvarianten gibt von diesen Substanzen, die man natürlich auch in irgendeiner Weise dann eventuell nutzen kann. Es ist natürlich auch so, dass wenn jetzt zum Beispiel Cannabis legalisiert wird, klar kann man dann auch mal gucken. Es gibt auch Leute, die eben positiv auf solche Sachen anspringen. Wobei ich bei Cannabis dann eher sehe, dass man eventuell, je nachdem was man raucht, vielleicht eher träger wird, anstatt dann eher aktiver zu werden, ist auch sehr individuell, was Cannabis betrifft. Muss man eben auch ganz klar sagen. Da muss man eben sehr genau hinschauen. Wie sieht es bei mir aus? Ist es der Stress? Ist es dies? Ist es das? Dann eventuell. Ansonsten sehe ich auch ehrlich gesagt kein Problem da drin. Und ich glaube, dass es einfach zu verrufen ist über die letzten Jahre. Wenn euch meine Meinung zu Substanzen interessiert, werde ich hier nach nochmal ein Video dazu machen, wie ich allgemein zu verschiedenen Drogen stehe. Ich bin auf jeden Fall, wenn es sinnvoll eingesetzt wird, wenn man damit bestimmtes Ziel in irgendeiner Weise verfolgt, es nicht übertreibt, sich bewusst ist, was für Auswirkungen das im Körper hat, was man damit, was man beachten sollte, dass man eben auch keine Sucht entwickelt. Es ist genau das Gleiche wie bei Alkohol, Zigaretten und so weiter. Es ist überhaupt gar kein Problem, am Wochenende natürlich mal ein, zwei Schnaps zu trinken oder ein paar Bier. Wenn man aber natürlich merkt, dass Alkohol oder Drogen dafür da sind, um ein Problem zu unterdrücken, um entsprechend sich nicht mehr mit diesem Problem beschäftigen zu müssen, dann ist der Einsatz von Drogen und Alkohol falsch. Dann sollte man schleunigst dann etwas anderes tun und sich Hilfe holen, weil alleine da rauszukommen ist meistens eben extrem schwer. Ich finde aber, wenn Drogen sinnvoll eingesetzt werden und sei es auch dann, wie gesagt, am Wochenende nur mal zum Spaß, ist das völlig in Ordnung, wenn das in einem kontrollierten Rahmen ist. Kein Mischkonsum, niemals und entsprechend nicht mit der Dosierung übertreiben, gucken, dass man eben Zeug hat, was nicht irgendwo von irgendwelchen dubiosen Leuten kommt. Möglichst reines Zeug, also irgendwelche Ecstasy-Pillen in Clubs kaufen oder sowas, ist eigentlich das Dämlichste, was man so machen kann. Da könnt ihr euch lieber, ich sage einfach mal, reines MDMA holen und das damit ein bisschen Koffein mischen. Dann wisst ihr auch, was ihr habt im Endeffekt. Oder auf wirklich harte Dinge, die wirklich Schaden verursachen, wie eben Heroin oder sowas, würde ich im Leben nicht drauf kommen, das entsprechend zu konsumieren. Auch stark süchtig machende Substanzen in irgendeiner Weise, die dann täglich konsumiert werden, sei es jetzt irgendwelche Studenten, die sich Ritalin, Kokain oder sowas reinziehen, um irgendwie klar zu kommen, sehe ich für eine falsche, für einen falschen Einsatzzweck, falsche Entwicklung. Gerade wenn die Dosierungen immer höher werden, dann weiß man eigentlich, dass irgendwas falsch läuft. Aber dazu im nächsten Video dann mehr. Das seht ihr dann wahrscheinlich morgen auf dem Kanal. Wenn ihr weitere Fragen, Anregungen oder so zu diesem Thema habt, wenn ihr wirklich mal wissen wollt, was die Sachen wirklich genau machen, was man beachten sollte, dann werde ich das wahrscheinlich eher auf Patreon machen oder meiner Homepage, weil das auf YouTube natürlich extrem schwierig ist. Oder ich werde auch mal was darüber schreiben, einen Videokurs machen oder so. Wenn ihr anderer Meinung seid, wenn jemand da draußen ist und sagt, nein, Drogen auf keinen Fall, auch nicht sinnvoll eingesetzt, dann diskutiert bitte gerne einfach mit mir. Ich würde gerne mit so jemanden da mal diskutieren und einfach mal herausfinden, ob diese, weil es gibt sehr, sehr viele Vorurteile, auch was Drogen betrifft, die entsprechend so gar nicht der Wahrheit entsprechen, wenn man mal genauer hinschaut. Und das wird dann eben ganz interessant, wenn man sich da mal wirklich mit beschäftigt. Und eine Sache sei aber noch gesagt, auch zum Thema Mischkonsum. Wenn ihr Antidepressiva zum Beispiel nehmt und dann gleichzeitig gleichzeitig Drogen, 5-HTP ist auch eine Geschichte, die sollte man nicht nehmen gleichzeitig mit Medikamenten. Auch 5-HTP gleichzeitig mit LSD, MDMA oder ähnlichen Sachen ist dann auch gefährlich. Dann kann es zum Serotonin-Schock beispielsweise kommen, weil auf der einen Seite wird Serotonin geblockt, auf der anderen Seite haut ihr euch dann eine Droge rein, die Serotonin ohne Ende ausschüttet. Dann noch 5-HTP dabei, was dann nochmal diesen Effekt hat. Und dann kann es da tatsächlich zukommen, dass das Ganze gefährlich wird. Das ist halt der berühmte Mischkonsum, der da bei vielen eben auch dazu führt, dass sie eventuell im Krankenhaus landen. Und dann sieht man eben solche Dinge, ja der hat dies genommen, der war im Krankenhaus, ja dass er sich gleichzeitig aber irgendwie noch eine Flasche Wodka reingehauen hat, noch gekifft hat, noch dies gemacht hat, noch das gemacht hat, das lässt man meistens außen vor. Und das ist eben das Problem. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, dann schreibt es gerne unten rein, auch zum Einsatzzweck, was die Depressionen betrifft. Ich wollte euch hiermit nur mal so ein paar Artikel auch unten drunter verlinken, die sich damit beschäftigen. Holt euch aber Hilfe, macht es nicht auf eigene Faust, informiert euch wirklich sehr genau auf verschiedenen Plattformen, Studien, Menschen und versucht dann eben entsprechend mit Sinn und Verstand an so eine Sache ranzugehen, vielleicht erstmal eben mit legalen Dingen im Endeffekt und dann kann man natürlich auch Dinge ausprobieren, die vielleicht im ich sag mal Graubereich sind. Ihr wisst Bescheid und ansonsten schreibt eure Erfahrungen gerne mal unten rein, wenn ihr Erfahrungen damit habt, denn es ist tatsächlich auch so, dass es von anderen Süchten, dass man von anderen Süchten loskommen kann mit bestimmten Substanzen, zum Beispiel von der Alkoholsucht dann loszukommen mit 5-HTP und so weiter, ist alles ganz interessant, auch wenn die Studienlage dazu eben nicht immer hundertprozentig eindeutig ist, es sind aber neue Forschungsfelder, die man im Blick haben sollte und wenn wirklich sonst gar nichts hilft und man irgendwie am Ende ist mit seinem Latein, kann man eben auch mal neue Wege gehen, das ist meine Meinung. Abonniert diesen Kanal für die nächsten Videos zu diesen Themen, wenn es euch interessiert, unterstützt gerne auf Patreon, denn da werde ich dann, wenn es interessiert, etwas genauer darauf eingehen und ansonsten mache ich jetzt noch ein Video, was ich zu unterschiedlichen Drogen halte. Also viel Spaß und abonnieren nicht vergessen.